Und ihr macht, als ich nicht auf eure Sachen höre, natürlich höre ich bei eure Sachen. Es war nur, weil ich nicht genügend Kommentare für Ask Merlin, die nächste Ask Merlin Appie habe. Ich werde ein paar Fragen mir halt jetzt auswählen und sie einfach nur in meinem Video machen. Ja, halt, das ist es. Und ich werde die Kommentare bei meinen neuen Super Apple Mac Computer lesen. Ist doch super, oder Leute? Oder? 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 Und ich sage euch, wir hatten nicht genügend Fragen. Die einzige echte Frage, die ich habe, ist die hier von Mr. Hasigamer. Und ich glaube, ich sage noch immer dieses Nachbarn, das ist mir wirklich leid. Und ihr könnt auch das Hashtag Ask Merlin benutzen, wenn ihr wollt. Ist mir so scheißegal. Was ist dein Lieblingsessen, Getränk? Ich glaube, ich glaube, ich habe das nicht beantwortet. Ich glaube, ich habe das nicht beantwortet. Also mein Lieblingsgetränk ist, ich glaube, es ist Fanta. Ja, Fanta gefällt mir echt viel. Ähm, und Essen sind die Fritz, ja. Und Pizza, ich weiß, wie ich dir gesagt habe. Das ist es. Weißt du was? Wir werden Hate-Kommentare machen. Wie es so viele Hater hier in meinem Kanal gibt, machen wir das. Weil es gibt die einzige Sachen, die ich machen kann mit den Kommentaren. Nichts anderes. Also, lesen wir einen. So, das von meinem ersten Speedhaut-Video. Da sagt einfach nur Benedikt Tyson. Wer wie scheißend. Und er sagt schlecht. Dann sagt er, das sagst du nur, weil du selber nicht gut malen kannst. Zeig mir doch deine Arbeit. Und er sagt, ich kann sehr gut malen, nur du bist behindert. Und dann sage ich, nope, ich bin nicht der Einzige. Die Kinder in meiner Schule können noch nicht mal eine Sonne malen. Für echt. Dann bist du auf einer Förderschule. Am Ende hat es eigentlich gut gemacht, weil dann gab es nicht wirklich mehr Streiten. Aber, ja, das ist halt. Oh, Mann, das ist scheiße. So, der andere Hate-Kommentar ist in Draw My Life. Und hier ist ein Kommentar von Rick Grims. Ja, Rick Grims. Diese fette Kuh hier halt. Fette Königin. Junge, bring dich um. Was tust du denn hier in den Schein? So, soll ich dich in der Wand hängen und dann dich töten, das Schwartel. Ja. So einfach will ich das nicht machen. Vielleicht töte ich dich selber zuerst und dann töte ich mich. Vielleicht. Wer weiß, vielleicht. Ach, warte, hier haben wir einen coolen Kommentar. Male mich mal. Ähm, Mr. Hasigamer. Ja. Ich meine, wie denn? Soll ich dich in, mit deiner, wie du in den Avatar jetzt hier aussiehst? Soll ich dich malen oder, ich weiß nicht wie. Willst du? Jetzt irgendwas mit Minecraft, weil du machst nur Minecraft-Videos. Ich checke sie, alle deine Minecraft-Videos da. Ich mache, ich sehe mir die an. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Mann. Würde ich auch gerne meine Playstation 4 auch finden. Weil ich habe gesehen, dass du ein neues Playstation 4-Video gemacht hast mit Minecraft. Und ich liebe Minecraft. Wir können vielleicht spielen. Wir sind vielleicht Brüder, vielleicht. Wer weiß. Okay, hier haben wir, wir einen anderen normalen Kommentar. Und er sagt, Ask Merlin. Du sollst eigentlich das Hashtag noch benutzen. Und das ist natürlich ein, ein Fake-Account, weil Johannes Tyson und da gab es noch ein Benedikt Tyson. Ja, und das ist ja ein Fake-Account. Und mit eurem dummen Fake-Account, das ist auch ein Fake-Account. Und mit ganzen Sachen. Warum lässt du manchmal längere Zeit Kien-Videos hoch? Der weiß, der gute und das ist definitely Fake. Ach komm, sag's doch. Doch, das ist ein Arsch in echt. Ich glaube nicht, dass er nicht nett ist. Weil ich habe trotzdem, okay, danke für seine Frage. Sie wird in der Ask Merlin beantwortet. Aber weißt du was, ich werde einfach nur diesen Kommentar löschen, was ich geschrieben habe. Weil dann, weil dann sagen die, oh, das funktioniert meine Sache. Also, so, deswegen. Warum, was auch immer. Aber ich trotzdem frage ich, beantworte ich die Frage, weil, äh, weil tausend Leute fragen sich dann. Jeder will das wissen. Das ist, weil ich nicht genügend Zeit für die Videos habe. Ich habe echt viele Sachen. Aber das, was die Sache, die ihr euch wirklich lieben würdet, wird in den nächsten Wochen lieben würdet, ist, dass ich endlich von Frankreich weggehe. Ja, genau. Ich gehe von Frankreich weg. Just kidding, ich gehe nicht von Frankreich weg. Ich gehe einfach nur bei Paris, aber das ist ja nur die Hauptstadt. Es liegt wirklich jetzt weg von Frankreich. Aber ich werde irgendwo anders gehen. Das ist doch super. Okay. Ja, und das ist es halt. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.